Der Prolog von Orid vom 8. Januar Gedenken Die heiligen Märtyrer Julian und Vasilisa stammten von Adlingen und reichen Eltern. In der Ehe vereint gelobten sie, enthaltsam als Bruder und Schwester zu leben. Sie verteilten all ihren Besitz an die Armen und erhielten die monastischen Weihen. Julian gründete ein Männerkloster und Vasilisa ein Frauenkloster. In Julians Kloster lebten ungefähr 10.000 Mönche und in Vasilisas ungefähr 1.000 Nonnen. Als seine schreckliche Verfolgung unter Diokletian begann, bat Vasilisa Gott, dass er keine ihrer Mitschwestern vor den Torturen zurückschrecken und vom orthodoxen Glauben abfallen möge. Der Herr erhörte das Gebet seiner würdigen Magd und im Laufe von sechs Monaten empfing er alle Schwestern eine nach der anderen, schließlich die Äbtissin Vasilisa. Vor ihrem Tod hatte Vasilisa eine Vision ihrer Mitschwestern aus der anderen Welt. Ihr erschienen alle strahlend und freudig wie Engel Gottes und sie baten ihre geistliche Mutter, sobald wie möglich zu kommen. Anders als Vasilisas Kloster wurde Julians von den Verfolgern in Brand gesteckt und Julian wurde auf unmenschliche Weise gefoltert. Er starb unter schwersten Leiden. Während seiner Matern hielt der Herr über ihm Wache und stärkte ihn, sodass er auf heldenhafte Weise duldete, seinen Glauben bewahrte und den Namen Christi verherrlichte. Zusammen mit Julian wurden Celsus und Maronilla enthauptet, der Sohn und die Frau des Folterers Markian. Sie waren Zeugen gewesen von Julians Heldentum und Tortur und wurden ihrerseits dadurch zum Glauben an Christus bekehrt. Auch zwanzig römische Soldaten wurden enthauptet. Sieben Brüder aus jener Stadt, der Presbyter Antonius und ein gewisser Anastasias, den Julian während der Foltern durch sein Gebet von den Toten auferweckte. Alle litten würdig für Christus und wurden Bewohner des himmlischen Reiches ungefähr im Jahr 313. Der gottgeweihte Georg der Chosebit lebte ein asketisches Leben im 7. Jahrhundert im Choseba-Kloster in Jericho an der Straße von Jerusalem, wo der heilige Johannes der Chosebit als erster sein asketisches Leben geführt hatte. Die heilige Dominika kam noch ungetauft während der Regentschaft des Kaisers Theodosius von Carthago nach Konstantinopel zusammen mit vier anderen heidnischen Jungfrauen. Patriarch Makarios, nach anderen Quellen der heilige Patriarche Nektarios, taufte sie und gab ihnen seinen Segen, die klösterliche Weihe zu erhalten. Mit großem Eifer übergab sich die heilige Dominika einem Leben der Askese und in diesem Eifer ließ sie nicht nach bis zu ihrem Tod in sehr hohem Alter. Sie entschlief im Herrn um das Jahr 474. Lobeshymne Die heiligen Julian und Vasilisa Durch die Ehe verbunden, verbunden dann noch mit Christus. Eine geistige Einheit, eine dauerhafte Einheit. Ins Buch der Lebenden schrieb der Geist ihren Namen, Bruder Julian und Schwester Vasilisa. Alles verließen sie und folgten Christus. Und als ihre Stunde kam, gaben sie ihr Leben um der Liebe Gottes willen hin, der Liebe zur dreieinen Sonne. Geerbt sind sie, denn alle Ehre der Welt verachteten sie. Sich selbst verherrlichten sie mit der Liebe Gottes. Und ein wundervolles Beispiel hinterließen sie uns. Schatz der Kirche, Schmuck und Ehre, das wundertätige Blut dieser wundervollen Märtyrer. Betrachtung Auf einer Tafel in der Kirche der heiligen Sophia sind die Worte eingeschrieben, Wascht eure Sünden, nicht nur euer Gesicht. Wer in diese Kirche eintrat, las die Inschrift und erinnerte sich daran, dass der christliche Glaube sittliche Reinheit von ihm fordert. Reinheit der Seele, des Herzens und des Geistes. Denn der ganze Geist des Menschen konzentriert sich im Herzen, wie der Herr sprach, selig die reinen Herzens sind. Alle äußerliche Reinlichkeit bietet keinerlei Hilfe, das Reich des Himmels zu erlangen. Oh, wann werden wir lernen, so viel Aufmerksamkeit darauf zu legen, uns von der Sünde zu reinigen, wie wir täglich dafür aufwenden, unser Gesicht zu waschen. Gott wird dann in unseren Herzen wie in einem Spiegel zu schauen sein. Zum Nachdenken Lasst uns darüber nachdenken, womit der Satan den Herrn Jesus in Versuchung führte. Über Genussliebe, die Versuchung mit Brot, Ruhmsucht, als er ihn auf das Dach des Tempels mitnahm, Habgier, das Angebot, die ganze Welt zu besitzen, Homilie, über die Notwendigkeit, mit jenen vorsichtig umzugehen, die sich ihrer selbst zu sicher sind, Wer also zu stehen meint, der gebe Acht, dass er nicht falle. 1. Korinther 10, Vers 12 Der Apostel, der diesen Rat gab, besaß die tiefste Kenntnis der menschlichen Natur und ihrer Schwächen. Tag für Tag bestätigt sich diese Erfahrung. Sobald sich ein Mensch aus dem Schlamm der Sünde zieht, strauchelt er wieder und fällt von Neuem. Kaum wurde er vom Gelaster der Begehrlichkeit geheilt, fällt er ins Laster des Eigendünkelns. Oder kaum öffnet er die Hand, um einem Armen zu helfen, da lässt ihn der Eigendünkel zur anderen Seite umkippen. Oder kaum hat er sich ein wenig an das Gebet gewöhnt, da öffnet er seinen Mund und spricht überheblich über jene, die diesen Zustand noch nicht erreicht haben. Oder kaum spürt er, dass ihn der Geist Gottes auf dem Pfad der Rettung führt, da spielt er sich als Lehrer der ganzen Welt auf, bis er vollen Erfolg darin hat, den Geist von sich zu vertreiben. Als der Herr zu seinen Jüngern sagte, dass sie ihn alle verleugnen und vor ihm fliehen würden, da war es Petrus, der voller Vertrauen auf die eigene Festigkeit zu ihm sagte, auch wenn alle Anstoß nehmen, ich nicht. Der Herr, der ihm direkt in die Seele schaute und sah, dass er bereits in Selbstvertrauen und Überheblichkeit gefallen war, erwiderte ihm, noch heute Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Markus 14, 29-30 Und da in solcher Fall einen Apostel traf, der in unmittelbarer Nähe zum Herrn stand, wie kann er uns dann nicht widerfahren? Wenn wir daher, meine Brüder, aufstehen und uns von irgendeiner Sünde erholen und aufrecht stehen, müssen wir dies der Kraft und Barmherzigkeit Gottes zuschreiben und nicht uns selbst. Und wir müssen große Sorgfalt darauf aufwenden und wachsam sein und zu Gott beten, dass wir nicht wieder auf die eine oder auf die andere Weise hinfallen, sondern dem wahren Weg des Herrn folgen. O allsehender Herr, hilf uns aufrecht vor dir im Geist zu stehen und wenn wir auf diese Weise aufrecht sind, halte uns, damit wir nicht von neuem fallen. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.